äh kein strom mehr dann kann ich jetzt gleich weg tun so hier fehlt noch ein kleines bisschen hey steine so jetzt sehe ich gleich ob die wegfliegen wenn man sie wegpackt wenn man sie ein bisschen anschubst so alles weg braucht keiner mehr ist eh nur stein fast vielleicht ist da bisschen nickel dabei gewesen aber größtenteils stein so dann kommt hier der bieten und zwar so kommt er hin und was bräuchte für steel plates reicht doch ach so ja es ist noch kein platz damit ich da auch gleich mal das grundgerüst stehen habe so der kommt hier auch so im stein rein also ein bisschen versteckt noch einiges aber das sehe ich ja gleich kommt aus dem von der höhe und so passt ja das passt perfekt von jetzt gucken hier noch ein bisschen und So, kurz gucken Ich gucke mal, ob der schon passt, wenn ich die Steine hier weg habe Ach, ich kann die doch einfach rausschieben Ach wohl Das dauert wahrscheinlich länger Ich muss wenigstens nicht mehr weg, um die wegzutun Einfach hier und schieben Stein So, das sind alle draußen Ja, ich glaube, das reicht noch nicht, aber Im Versuch ist es wert Nee So, hier oben muss noch was weg Und ich denke, es muss noch auf jeden Fall länger Mal gucken Der hier Geht bis Hier und der ist doppelt so lang Okay Jetzt brauchen wir nochmal die Länge hier drin Das durfte ich fast haben Ähm, ich muss mich kurz aufladen Hey, ich kann mich nicht aufladen Ich muss das Zeug wieder zurück in den Generator packen Small Reactor Achso, ich habe hier gar keinen Schwerkraft Äh, gedünst Schwerkraft Generator mehr 90 und 98 und 100 Gut Steine raus Hier sind Steine Auch mit den Umgebungen einfach so Die da weg sind und nicht da wieder rein flutschen Ähm Ja Ich komme nicht mehr raus Jetzt Okay Passt Ah, okay Hier fehlt eindeutig noch was an der Wand Und hier kommt auch noch was in die Ecke Davon habe ich genug und die Decke dürfte auch hoch genug sein Hier vielleicht noch Damatische Musik Und leider auch gleich Hey Garut nichts Schöneres So Ähm Ja, was wir auch machen können Sobald wir den Äh, Biken haben Ist Andere Schiffe suchen gehen Und uns die holen Weil dann finde ich auch wieder zurück Definitiv So ist es ja nicht sicher Ob ich wieder zurückfinden würde So Das hier muss ich noch weg Hier Ist auf Okay, hier fehlt noch einiges So Weg damit So Mal kurz gucken Hier fehlt noch was Und Hier noch ein Stein Morgen kann ich den hier nicht blenden Das wundert mich gerade Der dürfte ja nicht ohne Probleme hinpassen Halt doch keine Ziplätze mehr Doch Hier kann ich den hier noch blenden Warum denn Warum denn Mal guck Das fällt mir echt nicht mehr an Was ich noch wegmachen könnte Hier vielleicht noch ein bisschen Die Decke Hier so Warum würde der denn nicht passen Ich meine Er würde sogar hier passen Das wundert mich gerade Hm Hier würde auch nicht passen Das liegt an dem Block Vielleicht habe ich den ein bisschen berührt Und deswegen kann ich das jetzt nicht abblenden Warte mal kurz weg Und machen neun hin Und Nein Hm Ich hätte mich gewohnt Wenn es an den Stein gelegen hätte Weil da war ja vorher nicht drin Okay Ich habe ja doch alles was hier Also Vielleicht rotieren Da muss ich gar nichts Das hat mir nicht wegen dem Stein Ne Ich dachte schon Jetzt funktioniert's So Wurde ich doch Dass das hinhaut Dann würde ich aber jetzt sagen Weil ich hier zu viel weggerissen habe Mache ich hier noch Ich muss hier nochmal kurz wegmachen Ach scheiße Jetzt habe ich Mist gebaut So Wenn ich jetzt Ich bin der Beacon Hier Home und End Genau Da wird ein Beacon oben Besteht Ich weiß Dass das HM Nicht unnötig ist Aber Das sind eben so kleine Details Auf die ich gerne achte Ah ne Ich habe fast schon eine hin Ne Jetzt nicht mehr Ach ja Ich habe eben Steine Und weil ich keine Steelplätze mehr habe Genau Wenigstens einmal habe ich recht So Die Steine kommen gleich weg Hier auf K Und ich hole mir Pass die Plätze Ab welche So Und hier Einer Und Passt noch nicht Okay Okay Brauche ich oben ein bisschen was Und ich muss hier mal kurz hin angucken Ja okay Hier muss einiges weg Ich habe doch noch eins Die Plätze Ne War ja klar So Jetzt habe ich das auch schön Einigermaßen versteckt Ja Obwohl Ich bin zufrieden mit dem Versteck So Ich werde hier noch kurz mal Irgendwo einen abreißen So Hier oben Aus der Decke Und den kannst du das Ende bauen Damit die CV das dann aussieht Muss aufpassen Dass ich jetzt auch am Beacon Danke Aber ich habe extra Einen Platz gelassen An dem ich dann komme Gleich hier komme ich nämlich noch dran Das werde ich dann vielleicht noch verschließen Das weiß ich noch nicht Oder war das Oh Ladehugler Was ganzes Neues So Immer schon mal jedem Ladehugler Was trinken läuft da mehr Gut Und Jetzt kannst du machen So Ja Das sieht auf jeden Fall Annehmbar aus Das werde ich vielleicht Sogar noch bis hier vorne Ja Vielen Dank.